Ja, das kannst du ja nicht machen, Bokkerer, das Amblem im Dreck, in der Gosse sozusagen. Was soll ich denn machen? Ich hab's nicht immer spektakulisch gesagt, dass sie viel zu lang ist. Soll ich mir's um den Hals hängen? Dann hast du eine Idee? Also, pass auf. Ich weiß was. Nimm's unten. Nimm's unten. Ich zieh's raus. Zieh an. So. Ich bitte dich, Bokkerer, mach nur keinen Blödsinn. Jetzt knapp vor dem Endsieg. Was heißt Endsieg, Harzinger? Bis der Münchner Frieden gemacht hat, das hat der Krieg erst angefangen. Und jetzt, was wir vom Endsieg reden, jetzt fängt der Krieg erst richtig an, nicht? Na, was sagst du jetzt, Harzinger? Ja, aber du, das ist ja jetzt... Das ist unerhört! Na, wieso? Es schleift ja nicht mehr Boden. Na, wir sind ja so lieber hier später. Runter geben! Runter damit! Offe, obe! Offe, obe! Au!